servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal an dieser stelle ein video zu einem mikrofeiertag in world of warcraft dem ich selber bisher noch so gut wie gar keine bedeutung geschenkt habe und zwar ist es dieses merkwürdige frühlingsballon fest an dieser stelle sorry dass das video nicht vorher kam vielleicht hat sich oder nicht früher vielleicht hat sich der ein oder andere auch so schon mal gefragt was da eigentlich dahinter steckt ich muss aber ehrlich gesagt sagen ich habe das video aufgenommen zwei stunden bevor das frühlings dings fest geendet hat also ich hätte eh keine andere wahl gehabt von daher gucken wir es uns jetzt noch mal so an es ist ein mikrofeiertag in world of warcraft der für zwei tage verfügbar war und ich muss sagen ich habe das ganze mir noch nie wirklich angeguckt und ich weiß nur dass man da in so einem ballon rumfliegt gucken wir erst mal was was sagt uns blizzard eigentlich dazu blauer himmel windstille bestes wetter für eine ballonfahrt besteigt ein heißluftballon genießt die aussicht und macht neue bekanntschaften das klingt hervorragend ich bin sehr bereit für neue bekanntschaften und dementsprechend stürzen wir uns da dann erstmal rein auf der karte wenn man die world map aufruft sind verschiedene punkte mit so einem kleinen x gekennzeichnet wir haben hier in nordend im kristallsangwald shens ballon wir haben das einmal in kalim dor in uldum in den östlichen königreichen tatsächlich gar keins versteckt außer ich bin gerade blind was durchaus vorkommen kann in pandaria ist so ein ding im tal der vier winde und vier stück auf den verheerten inseln asuna im hochberg sturmheim und surama wir sind jetzt hier in surama und solange dieses fest aktiv war wird man dann hier begrüßt von so einem ballon und da steht zang wolkenwandler ich finde die ganze sache an sich ganz nett auch wenn wenn das vielleicht ein feiertag ist wo man keine belohnung für bekommt aber es ist irgendwas was die spielwelt ein bisschen liebevoller und lebendiger macht werden wir hier auch schon so ein eiles wind beschützung des waldes sehen mit einem passenden frühlingstransmog wunderschön das habe ich schon neue bekanntschaften gemacht ich werde welk hier und jetzt klicken wir einfach mal den panda an fröhlichen ballon tag wie wärs mit einer ballonfahrt und da sagen wir natürlich der ballon startet sobald wir drei fluggäste haben damit ich will aber jetzt fliegen also müssen wir noch warten bis wir drei bis wir drei mit oder zwei weitere mitflieger haben ich war mir tatsächlich gar nicht so sicher ob ich meine das ging früher auch ohne drei leute bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher das ist ein bisschen schade dass das so gehandhabt wird auf jeden fall habt ihr dann diesen buff wartet auf einen ballon wartet auf die nächste ballonfahrt und ich hoffe dann dauert es jetzt nicht so lang bis sich da jemand finden lässt so und endlich nach einiger zeit hat sich dann auch tatsächlich was ergeben wir haben unsere gefährten gefunden einer verabschiedet sich schon wieder und das ding kann los fliegen ist ein bisschen doof dass man tatsächlich mindestens drei spieler braucht damit das ding losgeht scheinbar ist dieses fest jetzt nicht mehr allzu beliebt sind nicht mehr als so viele leute da aber wir kriegen ein paar kleine einblicke von unserem reisebegleiter hat jemand lust auf kaviar wir haben den besten das da unten ist die akademie von nartalas sie soll vor langer zeit mal eine schule für magier gewesen sein also ihr bekommt je nachdem in welchem gebiet ihr rumfliegt immer ein paar informationen zu den gebäuden an denen ihr da vorbeikommt das finde ich tatsächlich ganz süß gemacht wäre tatsächlich auch was für viele andere gebiete und würde vielleicht dem einen oder anderen die welt von azeroth etwas näher bringen also ich könnte mir durchaus vorstellen dass das teilweise ganz gut ankommen könnte für all diejenigen die sich vielleicht für die lore interessieren oder für gebiete und so weiter und so fort und wenn man ehrlich ist die begleiter sind halt auch immer andere dementsprechend bekommt ihr da verschiedene informationen ich glaube es hängt auch ein bisschen davon ab je nachdem in welchem gebiet man ist zack und da wurden wir abgeschossen und schon ist der spaß vorbei leider aber in anderen gebieten denke ich kann das auch soweit ganz lustig sein also davon ab die idee dieses mikrofeiertags finde ich ganz nett hat seinen gewissen charme vielleicht wenn man nur eine person braucht um damit fliegen zu können und wenn man nicht abgeschossen wird ist sie nicht in jedem gebiet so aber wenn man auf diese weise zum beispiel die lore eines gebietes und so weiter und so fort den leuten etwas näher bringen könnte warum nicht finde ich eine liebevolle kleine spielerei jetzt nichts weltbewegendes aber es zeigt dass im world of warcraft doch einiges an liebe zum detail steckt damit danke fürs zusehen schreibt mir eure meinung gerne in die kommentare habt ihr das den mikrofeiertag genutzt ja oder nein wenn euch das video gefallen hat lasst sehr gerne ein like und ein abo da damit unterstütze mich enorm und ich sage schönes wochenende noch lasst euch gut gehen reingehauen bis dann